hallo ihr lieben ich habe heute ein paket bekommen nicht wundern mir ist hier oben so eine duftstecker ausgelaufen und da hat es das alles entfernt aber das schlimm wir schauen einfach mal gemeinsam rein ja ich bin damit ein bisschen ein verzug muss ich sagen schon von weg aber ich denke das ist nicht schlimm und zwar handelt es sich hier um das sofort ansatz kaschierspray hier ist wieder der ganze ablauf und dann gibt es hier drei flaschen einmal ein dunkelblond bis hellbraun ein braun bis mittelbraun und ein dunkelbraun bis schwarzbraun ich denke mal ich liege so schwer zu sagen eigentlich liege ich so zwischen hellbraun und braun aber ich denke ich werde erst mal das probieren ich werde erst mal das probieren denke ich und dann kann ich ja feststellen brauche es heller oder dunkler das was mir nicht passt geht in der familie weiter und genau bin ich gespannt wie das so funktioniert da wird auf jeden fall noch ein beitrag auf instagram kommen und genau so sieht das ganze nummer von oben aus ja ich denke ich bin wirklich in den mittleren bereich hier sehr cool werde ich wissen lassen was mein endgültiges fazit dazu ist vielen dank dass ich testen darf ja und dann sind wir eigentlich schon durch und dann wünsche ich euch noch einen schönen tag oder abend plättchen gesund bis dahin